Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Dyson V10 bzw. V11 richtig reinigen kann, wenn hier der Behälter, der Filter oder auch die Bürsten hier vorne schon sehr dreckig sind. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Noch ein Hinweis, der Dyson V10 und Dyson V11 sind nahezu identisch, weswegen diese Anleitungen zum Saubermachen natürlich für beide Modelle gleich gilt. Zuerst einmal möchten wir ganz normal unseren Behälter hier entleeren, deswegen am besten sich über einen Mülleimer befinden. In meinem Fall tut es jetzt auch diese blaue Schüssel hier, dann einmal hier vorne alles mögliche abmachen, in meinem Fall ist das diese Mini-Bürste hier und dann kann ich nämlich auch schon hier unten diesen roten Knopf einmal nehmen, bzw. Schalter und den jetzt mit etwas Schmackes nach vorne drücken, immer weiter, bis sich vorne diese Klappe öffnet und dann der Dreck normalerweise auch schon mit etwas Schütteln automatisch rausfallen sollte. Wenn es das nicht tut, dann kann ich nämlich meinen Dyson jetzt auch einmal noch etwas drehen. Wir sehen hier unten noch so einen kleinen Pfeil, den kann ich jetzt nämlich eindrücken und wenn ich ihn eindrücke, dann kann ich auch meinen Behälter hier komplett entziehen. Ich lege jetzt also mal meinen Dyson auf die Seite und kann auch nochmal hier alles schön sauber machen. Ich empfehle jetzt übrigens, dass man den Behälter hier und vor allem auch den Dyson hier vorne entweder mit einem ganz normalen Pinsel einmal probiert, sauber zu machen. Das geht normalerweise relativ gut und man kann im Notfall natürlich auch einen feuchten Lappen verwenden. Unter fließendem Wasser sollte man das Ganze übrigens nicht geben, da hier einfach die Gefahr zu groß ist, dass irgendwelche elektrischen Kontakte getroffen werden, was natürlich nicht so toll wäre. Als nächstes schauen wir uns mal das Reinigen von unserem Filter hier hin an. Diesen kann ich ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn einmal leicht drehen und dann auch schon nach hinten rausziehen. Hier geht es etwas strenger, kommt darauf an, wie verschmutzt er schon ist und dann habe ich ihn auch schon in der Hand. Das Wasserhandsymbol hier zeigt, dass wir das Ganze unter fließendem Wasser reinigen können und das machen wir jetzt natürlich auch. Hierfür schaue ich erstmal, dass ich einen groben Schmutz mit meinen Fingern lösen kann und wieder in meinen Mülleimer gebe, dass danach das Waschbecken nicht verstopft ist. Und danach kann ich wieder mit meinem Finger unter laufendem Wasser die restlichen Verschmutzungen schön runterbekommen. Das sollte jetzt auch relativ gut gehen. Anschließend natürlich auch von innen schön sauber machen und wenn wir das haben, dann einmal das Wasser wieder ausschütten und wir können das Ganze jetzt für 24 Stunden einmal einfach an der Luft trocknen lassen. Da unser Dyson und vor allem auch der Filter hier jetzt schon sauber sind, schauen wir uns einmal noch die großen Bürsten an, wie man diese richtig reinigen kann. Das Öffnen von meinen drei Bürsten hier geht eigentlich relativ ähnlich. Hierfür benötige ich einfach mal einen großen Schlitzschraubendreher beziehungsweise auch so ein kleines Geldstück und ich zeige es jetzt trotzdem einmal noch bei jeder Einzelnen. Der Mechanismus zum Öffnen ist eigentlich immer derselbe. Hier habe ich meinen kleinen Schlitz, ich nehme jetzt mal mein Geldstück hier und dann drehe ich diesen gegen den Uhrzeigersinn etwas. Es macht auch schon Klick, ich kann ihn normalerweise sofort rausschütteln. Jetzt kann ich hier unten schön in meine Bürste reingreifen und diese nämlich nach vorne hier herausziehen, wo davor dieser Schlitz war. Und jetzt kann ich meine Rolle hier schön unter lauwarmem Wasser mal sauber machen und natürlich auch von diesen ganzen Haaren hier schön befreien. Wenn meine Rolle dann wieder anschließend sauber ist, dann am besten einmal auch diese wie den Filter für circa 24 Stunden schön an der Luft trocknen lassen. Bürste Nummer zwei funktioniert nach genau dem selben Prinzip. Wieder hier mit der Münze reingehen, etwas drehen, es springt schon von alleine raus und ich kann auch hier wieder meine Rolle schön entnehmen. Auch wenn diese jetzt gründlich gereinigt worden ist, wieder einfach an der Luft für circa 24 Stunden trocknen lassen. Das Innere von meiner Bürste hier würde ich übrigens entweder wieder mit einem Pinsel ganz normal schauen, dass man es reinigen kann. Oder wer den Luxus hat, einen Kompressor zu Hause zu besitzen, einfach mal mit dem Kompressor hier alles komplett durchpusten. Unsere letzte Bürste ist hier leider etwas anders, da befindet sich der Schlitz nicht auf der Seite, sondern auf der Unterseite hier. Und hier gehe ich jetzt natürlich auch wieder mal mit meinem Schlitz, mit meinem großen Schlitzschraubendreher oder mit einer Münze rein, drehe das gegen den Uhrzeigers hin und jetzt denkt man, dass hier bei der kleinen Nase normalerweise schon Schluss ist, aber nein, man muss noch etwas über diese Nase drüber gehen. Das macht dann auch wieder so ein leichtes Klicken und jetzt kann ich nämlich hier außen das Ganze einfach einmal schön nach oben hochkippen. Wenn es nach oben hochgekippt ist, kann ich meine untere Rolle hier wieder schön rausnehmen und natürlich auch meine kleine Rolle hier oben einfach entnehmen und diese anschließend wieder unter warmen Wasser sauber machen. Noch als Hinweis, wenn sich bei dir auch die ganze Zeit lange Haare verheddern und du das Ganze einfach nicht mehr runterziehen kannst, dann am besten mal eine kleine Schere zur Hand nehmen, ganz vorsichtig hier ansetzen und diese Haare einfach mal aufschneiden. Und anschließend kannst du das Ganze nämlich schön einfach entfernen. Wenn meine Rollen hier wieder trocken sind, dann muss ich alles einmal wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Hierfür zuerst die große Rolle nehmen, diese von außen einmal schön sauber einsetzen. Dann nehme ich meine kleine Rolle, gebe diese auch hier oben drauf, bis sie schön sitzt, kann man hier außen gut erkennen und dann dieses Teil zum Zusammenbau nehmen. Jetzt nicht nach ganz oben schauen lassen, sondern so leicht quer nach hinten stehen und dann kann ich es nämlich auch schon schön umdrücken. Anschließend natürlich wieder unseren Schraubendreher beziehungsweise unser kleines Geldstück nehmen und diesen kleinen Haken wieder zusammensetzen. Erste Bürste ist somit komplett fertig. Bei unserer zweiten Bürste ebenfalls wieder diese große Rolle von außen einfach einmal schön einsetzen, dann hier vorne etwas drehen, bis es einmal leicht einrastet, so wie es in meinem Fall jetzt geschehen ist, und wieder unser Geldstück nehmen und dieses Mal im Uhrzeigersinn das Ganze fest sind, bis es klickt macht. Dann haben wir auch schon diese Bürste fertig. Die letzte funktioniert natürlich so ähnlich. Auch wieder von außen meine Rolle hier schön einfügen, dass es gerade drin ist, danach wieder dieses Befestigungsteil nehmen, hier einmal aufsetzen und schauen, dass es schon irgendwie fest bleibt. Bei mir ist es schon geschehen. Wieder das Geldstück nehmen und im Uhrzeigersinn fest sind, bis es klickt macht und somit haben wir die Bürsten schon alle wieder richtig fertig zusammengesetzt. Den Filter wieder schön gerade hier hinten aufsetzen und dieses Mal im Uhrzeigersinn drehen, bis es hier komplett reingeht und dann nochmal etwas weiter, bis es einrastet und somit ist dieser auch fest. Bei unserem Behälter müssen wir jetzt eigentlich nur darauf achten, dass dieser rote Schalthebel nach unten zeigt bzw. die Klappe natürlich nach oben hin öffnet. Schon kann ich das Ganze hier vorne einfach mal drauf geben, schauen, dass das Rote hier unten schön sauber anliegt und dann schiebe ich es jetzt nämlich einfach mal aus diesem Behälter einfach nach hinten. Es macht einmal Klick, es macht zweimal Klick, das geht meistens etwas streng und hier vorne kann ich das Ganze auch schon nach unten zusammendrücken. Und somit haben wir unseren Dyson V10 bzw. V11 auch schon richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen neuen Dyson V10 bzw. V11 zulegen möchtest oder auch irgendein Bezugehör, wie zum Beispiel weitere Bürsten, solche Halterungen oder auch einen Ersatzfilter, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir als Einfließen und Dyson hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Und dann bitte auch noch ein paar Mal 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 ein paar Mal